Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crypto & More. Heute in der Aufnahmesession ist René am Start. Erstmal herzlich willkommen und ich hoffe, alles bei dir ist fit so im Schritt. Ja, ja. Danke, danke für die Einladung. Bin gern dabei, bin gern dabei. Freut mich, dass es auch geklappt hat so mit der Zeit. Mit Benji, wie gesagt, ist es ein bisschen, ja, zeitlich immer ein bisschen schwer, Termine zu finden. Wie gesagt, er hat ja ein Kind und so, das wisst ihr ja mittlerweile. Deswegen, jetzt heute mal eine kleine Aufnahmesession mit René und wir haben, glaube ich, ein cooles Thema so am Start, wo jeder, glaube ich, schon mal mit konfrontiert wurde, egal ob es jetzt in einem Bewerbungsgespräch ist, wo ich glücklicherweise sagen muss, ich hatte in meinem Leben erst zwei Bewerbungsgespräche. Also gut gelaufen, aber ja, es geht heute um das Thema schlechte Eigenschaften. Und ich habe René das vorher schon mal gesagt, zumindest das Thema, dass er sich ein bisschen Gedanken macht, so was seine schlechten Eigenschaften sind. Ich habe mir auch mal ein paar Punkte aufgeschrieben, die mir so ein bisschen eingefallen sind zumindest. Und ja, es ist so ein Thema. Man sagt ja deswegen auch das Ding mit Bewerbungsgesprächen und sowas, weil man soll ja in einem Bewerbungsgespräch, wird man ja auch oft gefragt, ja, was sind denn so zum Beispiel ihre Schwächen auch oder schlechte Eigenschaften und so, die man ja dann positiv rüberbringen soll. Und deswegen, lieber René, würde ich dich gerne mal so fragen, was sind denn deine schlechten Eigenschaften und wie gehst du so ein bisschen damit um oder versuchst du die ein bisschen zu verdecken oder was auch immer? Also verdecken tue ich die nicht, gehört halt irgendwie dazu. Jeder hat das ja so ein bisschen schlechte Eigenschaften. Aber ich versuche sie mit der Zeit immer loszuwerden. Bei mir ist es zum Beispiel das Rauchen, definitiv. Das muss weg vom Fenster. Und manchmal, wir traden ja beide, manchmal bin ich zu greedy. Dann jump ich zu oft in einen Trade rein. Das sind so die beiden, die mir spontan und markant eingefallen sind. Was ich dagegen tue, ich versuche immer wieder zwischendurch aufzuhören, zu rauchen, aber dann gibt es immer mal wieder den Moment, wo man leider schwach wird. Meistens montags morgens vor der Arbeit. Und beim Traden aufschreiben. Fehler aufschreiben, testen, mal nur jeden zweiten oder dritten Trade nehmen. Mal gucken, nach Mustern suchen. Das sind so die Sachen, die ich aktuell am angegeben bin. Wie sieht es da bei dir aus? Ich habe, also wenn wir jetzt das Ding auf Trading machen, dann würde ich sogar eher sagen, dass ich ein bisschen zu pessimistisch geworden bin. Also ich war am Anfang übel, immer viel zu greedy. So wie du das sagst. Also ich bin da immer viel, viel zu hyped und viel zu hoch mit meinen Prognosen gewesen. Mittlerweile bin ich ein bisschen pessimistischer geworden, muss ich ehrlicherweise sagen. Also so, ich sehe, wenn ich mir teilweise mal so YouTube-Thumbnails und sowas angucke und dann sagen, ja, hunderttausend, das und das und das, da denke ich mir immer so, ey Leute, bleib mal ein bisschen auf dem Boden. Vor zwei Jahren, wenn du mich das gefragt hast, wäre ich wahrscheinlich genauso gewesen. Also da habe ich ja genauso die ganzen Scheiß-Thumbnails gemacht. Aber mittlerweile sehe ich das Ganze ein bisschen pessimistischer. Also da, auf Trading bezogen, bin ich sehr, sehr pessimistisch geworden. Warum das betitelst du jetzt als schlechte Eigenschaft so ein bisschen, dass du zu pessimistisch bist? Habe ich mir sogar aufgeschrieben. Einerseits manchmal ein bisschen zu pessimistisch, aber ich bin auch so ein bisschen Perfektionist. Also bei mir, ich merke es jetzt gerade so ein bisschen mit Wohnung umgestalten und sowas. Ich möchte alles sofort, ich möchte das haben und das haben. Also bei mir ist wirklich auch so eine Schwäche. Ich will das, das, das und das am besten gleich noch am nächsten Tag und sowas. Und sonst bin ich ein bisschen unzufrieden mit mir selber. Also so dieser Perfektionismus ist ja an sich jetzt keine mega schlechte Eigenschaft. Aber ist ein bisschen anstrengend, würde ich sagen, auch ein bisschen, wenn man so ein bisschen tickt, meiner Meinung nach. Kennst du dazu so ein bisschen die 80-20-Regel? Nee, erzähl. Sagt so ein bisschen, dass 80% immer genug sind. So ansonsten, du verbringst 80% der Zeit mit den letzten 20%. Ungefähr. Und da habe ich mir angewöhnt, so ein bisschen nach dem 80-20-Prinzip zu gehen und nicht dieses zu Perfektionistische zu machen, zumindest. Das ist so ein bisschen das, was ich in diesem Punkt gemacht habe. Weil ich habe das auch gekannt. Und dann, ah, alles dies, das hier, klitzeklein, haargenau, Zimmer gestalten und, und, und. Nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Da denke ich mir so 80% reichen, hauptsache ich kann arbeiten, ich fühle mich wohl und passt. Nee, kann ich gar nicht. Nicht mal mit dem Prinzip könnte ich das. Ich brauche einfach, ich will einfach, ich will einfach, dass es so perfekt ist. Ich kann das nicht auch so. Wenn ich jetzt sage, ja, cool, mein Wohnzimmer ist zu 80% fertig. Ja, die anderen 20% gehen mir da so auf die Eier. Ich weiß aber, was du komplett meinst. Wenn man da sich zu sehr drauf versteift, kann das einen, oder wie du es halt gerade auch gesagt hast, diese 20% dann einfach zu viel in deinem Kopf verändern. Also, es geht dir halt auf den Sack, obwohl du eigentlich zu 80% eigentlich alles fertig hast, so, weißt du? Ja. Hast du das denn auch bei deinen YouTube-Videos? Nee. Lustigerweise, nein. Die Frage ist jetzt, warum? Kann ich dir ehrlich gesagt nicht mal beantworten, weil ich cutte meine Videos nicht. Da bin ich komischerweise selber mit mir zufrieden. Da lege ich aber eher so den Wert drauf, dass das Video aber auch perfekt dann ist für mich. Also, dass ich keinen Hopser und sowas drin habe. Aber komischerweise habe ich da nicht so die Probleme. Auch wenn ich Aufträge kriege oder so von Börsen oder sowas da Videos mache, habe ich nicht so, ja, da nicht so diesen Perfektionismus komischerweise. Ist eigentlich eine scheiß Eigenschaft so, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke. Ich meine, das ist Business und das andere ist Privat. Sollte man auch schon ein bisschen so trennen eigentlich, ne? Normalerweise sollte man Perfektionismus in seinem Business sein und nicht in seinem privaten Umfeld, weißt du? Ja, deswegen habe ich die Frage gerade gestellt. Da war ich jetzt so ein bisschen neugierig drauf. Ja, vor allem, du weißt ja, wie ich meine Videos mache. Ich stehe auf, 15 Minuten und dann mache ich sofort Video, weißt du? Ich bereite mich ja nicht mal vor. Das erste Mal, wenn ich den Chart angucke, ist, wenn ich auf Play drücke, also halt auf Aufnahme drücke. Und das ist dann so, das ist eigentlich dumm. Eigentlich ist es richtig dumm, aber es funktioniert einigermaßen. Oha, das ist krass. So dieses, okay, einfach hinsetzen, machen, nicht lang viel überlegen, kann ja funktionieren, ist okay. Ich mache mir da immer so 15 Minuten vorher meine Gedanken. Aufstehen, Kaffee trinken, hinsetzen und machen. Nein. Was sind denn aber auch schlechte Eigenschaften, die du mittlerweile losgeworden bist? Oder was, was möchtest du noch so ein bisschen verändern? Weil du hattest ja auch gesagt, du bist unzufrieden mit dir. Es gibt ein paar Dinge, also ich habe mehrere Punkte aufgeschrieben. Einerseits, kennst du das, wenn du mit deinem Arsch nicht daheim bleiben kannst? Nein. Okay, ich habe immer Hummel im Arsch. Das heißt, ich muss immer was machen. Mir ist einfach rotze langweilig, wenn ich einfach daheim nur blöd rumsitze und nichts mache. Ist doch eigentlich auch eher was Gutes, oder? Bist du immer produktiv unterwegs? Wenn es so produktiv wäre. Ich weiß nicht, ob du die anderen Podcast-Folgen angehört hast. Mein Leben ist momentan so. Ich stehe um 7 Uhr auf, dann geht es ans YouTube-Video, dann schreibe ich die Analysen. Immer noch ein bisschen anderen Klamen. Und danach muss ich den ganzen Tag irgendwas zu tun haben. Ich kann auch nicht daheim rumhocken. Das heißt, ich gehe spazieren, ich laufe rum, gehe in die Stadt, gehe shoppen. Es ist mittlerweile so ein Hobby bei mir geworden, shoppen zu gehen in Zara. Die Mitarbeiter kennen mich mittlerweile, glaube ich, auch da drin so in- und auswendig, so oft wie ich da drin bin. Ja, ich kann aber auch nicht am Wochenende dann auch mal mit meinem Arsch daheim bleiben. Und das trotz meiner Burnout-Vorgeschichte. Und wie war das mit deinem Frugalismus, oder wie das hieß, was du machst? Also quasi, dass ihr kein Geld ausgibt? Du warst doch auf dieser Schiene. Aktuell auch so ein bisschen ad acta-leg. Aktuell ein bisschen ad acta, weil, gut, es geht momentan noch nicht anders, weil ich sowieso gerade wegen Wohnung und sowas einen Haufen Zeug neu holen muss und sowas. Aber an sich verfahre ich schon noch danach. Aber es waren jetzt auch wirklich Sachen im Zara dabei, die ich wirklich gebraucht habe. Also auch für den Sommer und sowas, weil ich ordentlich auch ausgemistet habe und sowas. Zweckswohnung. Aber Frugalismus fahre ich weiterhin fort. Aber trotzdem ändert es nichts daran, dass ich immer was zu tun brauche. Weil mir einfach rotzellangweil. Ich kann mich, das war früher, war das, dadurch, dass ich Einzelkind bin, eigentlich eine gute Eigenschaft so gewesen, dass ich mich mit mir selber beschäftigen kann. Mittlerweile geht es mir aber auf den Sack, dass ich immer irgendwas zu tun haben muss. Ich kann einfach nicht auch mal ein Wochenende daheim bleiben, weil ich mich einfach zu todellangweil. Kass. Und was ist dann mit Traden, Analysen machen in der Zeit als Produktives? Ich meine, das ist ja eine wirklich gute Eigenschaften, aber ich bin der Typ, ich hocke zu Hause und mache zu Hause sowas Produktives. Aber ich hocke halt nur vorm PC. Dann gehe ich mal ins Gym, aber das war's. Einkaufen, ja gut, okay. Die ganz normalen Sachen, aber ansonsten, nö. Naja, Traden mache ich ja alles am Handy. Das heißt, Handy habe ich immer dabei. Ach krass, du machst das übers Handy. Ich mache alles am Handy. Die einzige Zeit, wo ich am PC hocke, also wirklich effektiv am PC, ist früh, wenn ich die Analyse für Kryptoguru schreibe. Und wenn ich, ähm, ja, wenn ich das Video aufnehme. Das ist meine einzige Zeit am PC. Hm, das ist krass, das ist stark. Der Rest ist wirklich Handy. Ich kann, Handy ist für mich Arbeitsgerät. Das heißt, egal wo ich bin, Analysen und sowas, werden halt alles am Handy gemacht bei mir. Das ist stark. So, am Handy kann ich das nicht. Am Handy fühle ich mich voll unwohl. Da ist mir der Bildschirm zu klein. Nee, ich komme damit echt gut zurecht. Aber gut, äh, ich glaube, Elliot Wallen ist nochmal ein bisschen komplizierter, würde ich jetzt einfach mal behaupten, so. Dann hast du ein effektiveres System. Kann man ja auch so betrachten, ne? Ja, kann auch sein. Auf jeden Fall, mir ist das komplett ausreichend. Und, ja, daran arbeite ich aber momentan. Ich versuche mir auch mal so ein bisschen, ja, zu Hause wieder ein bisschen mehr Zeit zu geben. Gut, du kennst meine Situation momentan, ist noch nicht so angenehm. Aber gut, es wird, erledigt sich jetzt zum Glück langsam alles. Äh, das werde ich dir mal privat erzählen. Ähm, das ist so ein Punkt. Und, dass ich es allen recht machen will. Das sind, das sind so die Punkte, wo ich sage, da versuche ich aber auch ein bisschen dran zu arbeiten, aber das kriege ich nicht hin. Dafür bin ich, glaube ich, ein zu gut, zu gutmütiger Mensch einfach. Oh, auch was Schönes, ne? Muss man ja auch so ein bisschen positiv sehen. Ist jedem recht zu machen, ist halt so ein bisschen der Nachteil, man fängt an, sich selbst zu vernachlässigen irgendwann, ne? Und das ist halt dann überhaupt nicht gut. Und so diese paar Minuten Langeweile zu Hause, sich mal hinsetzen oder so, einfach zu Hause hinsetzen, Businessplan schreiben oder irgendwie sowas, ich finde das total angenehm. Ne. Also wirklich. Ne. Ich brauche, wie gesagt, ich brauche immer was zu tun und dieses allen recht zu machen, habe ich vor allem das Problem, ich kann halt auch nicht nein sagen, so in der Art. Weil ich dann immer so denke, also ich habe dann so das Problem, mich in die Lage zu versetzen, wo die Leute dann so sagen, öh, jetzt hat er da hingesagt, jetzt hat er abgesagt oder sowas. Da habe ich so ein bisschen mein Problem mit. Aber jetzt versuche ich gerade so ein bisschen dran zu arbeiten, auch mal öfters nein zu sagen und einen Scheiß drauf zu geben, so, wenn die Leute dann irgendwie pissig sind oder sowas. Aber damit komme ich nicht klar. Also ich muss wirklich, wenn jetzt irgendjemand sagt, ey, hast du spontan Zeit, das und das und das und das, dann mache ich das. Habe ich kein Problem mit so. Weißt du, pisst mich auch nicht in der Phase an, aber so manchmal denke ich mir so, so ein bisschen konsequenter könnte ich auch so ein bisschen in der Art sein. Wahnsinn. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber ich denke, das kommt mit der Zeit. Ich finde das mega interessant, auf was für unterschiedlichen Entwicklungsständen man so ein bisschen ist. so jeder hat so seine eigenen Baustellen. Ich meine Rauchen, ich sitze manchmal zu viel rum und mache irgendwelchen anderen Kram. Und finde ich in Ordnung so. Es ist einfach interessant, wie sich jeder anders entwickelt, wo jeder an anderen Baustellen zu arbeiten hat. So der eine ist zu viel draußen unterwegs, der andere hockt zu viel drin. Mega. Stimmt, wir sind da komplett unterschiedlich. Merke ich gerade so. Ja. Wenn du rausgehst, gehst du denn noch manchmal zum Sport oder nicht? Ich mache mittlerweile Sport daheim. Ich mache sogar echt mittlerweile zweimal täglich Sport fast. Krass. Ich habe jetzt, es ist richtig krass, ich habe jetzt glaube ich in den letzten drei Monaten glaube ich 15 Kilo abgenommen. Man sieht es auch in den Videos und sowas, und übel Muskeln aufgebaut. Also ich bin absolut zufrieden mit mir mittlerweile. Das ist stark. Das ist wundervoll. So muss es laufen. Sind wir jetzt so ein bisschen abgedriftet in positive Eigenschaften hier auch, ne? Ja gut, ist ja auch wichtig drüber zu reden. Es sollen ja nicht nur schlechte Eigenschaften sein, ne? Man muss halt an beiden irgendwie ein bisschen arbeiten. Ich meine, die Sachen, wo ich jetzt gerade erzählt habe, da muss ich dran arbeiten. Das ist aber auch so ein Prozess, finde ich, das dauert Wochen, Monate. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist nicht so wie, du schreibst jetzt irgendwie einen Aufsatz und morgen verbesserst du den. Nee, das sind ja Eigenschaften, die hast du dir ja über Jahre oder vielleicht sogar von der Kindheit an angeprägt, so ein bisschen. Ja, und das dauert halt auch natürlich, die rauszubekommen, die umzuprogrammieren und, und, und. Und wie machst du das dann? Dir das immer wieder sagen? Zum Beispiel? So in der Anfangsphase? Ich habe es mir aufgeschrieben, einerseits, deswegen weiß ich die Punkte ja auch, deswegen wollte ich ja das Thema sprechen. Ich habe es mir aufgeschrieben, die Punkte. Lese mir die auch öfters durch, damit es halt auch im Kopf so drin ist. Weißt du, wenn ich es jetzt nur einmal aufschreibe, ich habe mir das jetzt vor einem halben Jahr aufgeschrieben, so sage ich jetzt einfach mal, und lese mir das nie wieder durch. Ja gut, dann ist es so in meinem tollen Büchlein, das kann ich hier auch mal zeigen. Ich glaube, ich habe es in der vorletzten Podcast-Folge, die ich allein gemacht habe. Ich habe hier so ein Büchchen, da stehen immer so meine Sachen drin, was mir halt so spontan einfällt oder irgendwelche Sachen und sowas. Und da steht eben auch das drin. Und das liegt immer, wenn ich hier früh aufstehe, beziehungsweise liegt das hier vor mir. Und da steht es halt drin, damit ich es halt immer wieder so verinnerliche und es auch mal, jetzt nicht jeden Tag im Kopf ist, aber mal so alle paar Tage so die Woche, damit du es halt auch verinnerlichst. Weil nur so kannst du es halt auch ändern oder auch über schlechte Eigenschaften. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich da auch mal so ein bisschen Gedanken so drüber macht, was sind möglicherweise schlechte Eigenschaften, was sind aber auch natürlich gute Eigenschaften und sowas. Weil ich meine, das ist jetzt schon mit Perfektionismus, Hummeln im Arsch, allen recht zu machen, sind ja auch positive Eigenschaften so ein bisschen. Also es ist jetzt nicht alles negativ. Ich lege das vielleicht negativ aus, für mich persönlich, aber für andere wiederum ist es ja eine gute Eigenschaft, wenn die wissen, okay, sie können sich immer auf mich verlassen, weil ich halt versuche, allen recht zu machen. Der Typ ist immer da, er macht das, 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 das. Das sind natürlich gute Eigenschaften für fremde Personen. Wiederum aber halt auch teilweise so Sachen für mich, die dann ein bisschen negativer wieder sind. Aber da muss man, glaube ich, ein gutes Gleichgewicht einfach finden. Und deswegen habe ich dir auch vorhin das so gesagt mit dem Bewerbungsgespräch. Da sagt man ja auch, man soll schlechte Eigenschaften oder schlechte, was sagt man da immer? Schlechte, ja egal, schlechte Eigenschaften auf jeden Fall dann positiv halt umwandeln. Das ist ja immer so, wie wirkt es auf dich selber und wie wirkt es auf andere? Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal. Ja, hatten wir bestimmt schon mal. Wir haben schon über echt einige Sachen gesprochen. Und man kann ja auch hingehen und seine Schwächen so ein bisschen in Stärken ummünzen oder das Beste da rausholen. Weil was, wie du schon sagst, was hinterlässt das für einen Eindruck bei den anderen Menschen, dass du immer alles sofort erledigst und und und. Pünktlich, zuverlässig und und und. Das ist ja eigentlich nichts Tragisches. Du behältst dir im Hinterkopf, was du für die anderen Menschen getan hast. Und irgendwann kommt das über irgendwelche Ecken im Leben wieder auf dich zurück. Ja, würde ich auch so sagen. Bist du, weil es mir jetzt gerade so spontan einfällt, bist du sturköpfig? Ne, eigentlich nicht so. Ich kann es sein, ja, aber schwierig. Ganz schwierig. Ich kann sehr, sehr sturköpfig sein in manchen Situationen, aber es kommt selten vor, sagen wir es so. Weil das ist zum Beispiel sowas, wo ich sagen würde, bin ich mittlerweile gar nicht mehr. Also das liegt so, bei uns sagt man halt so in der Familie, ich sage jetzt nicht meinen Nachnamen, aber bei uns sagt man halt so in der Familie, die und die mit dem Nachnamen, die sind alle sturköpfig. Das ist einfach so, Familien gegeben und sowas. Muss ich auch sagen, ich bin teilweise früher echt richtig sturköpfig gewesen. Also ist so. Hast du ein Beispiel? Ich muss immer recht haben. Also früher war das so, da konnte ich keinen so Nein akzeptieren. Denn das war einfach so, wenn ich was sage, dann hatte ich recht. Ist mir scheißegal, da wird nicht mehr diskutiert. Ich habe recht und gut ist es so. Weißt du? Oder ich setze meinen Willen durch. Das sind halt so diese sturköpfigen Sachen. Aber mittlerweile würde ich sagen, habe ich mich da echt gut im Griff. Also mittlerweile echt gut dran gearbeitet. Das ist doch was. Das sind zum Beispiel so die positiven Sachen, wo ich sage, okay, das weiß ich, das ist ein bisschen Familien gegeben. Gut, kommt dann auch natürlich so drauf an, mit was für Leuten du natürlich auch rumhängst aus der Familie. Aber das habe ich echt gut unter Kontrolle. Da bin ich auch froh drum, weil das war eine richtig beschissene Eigenschaft von mir. Wie so ein kleines... Ja, da kann man manchmal auch mit anderen Leuten sehr schnell aneinander geraten, ne? Oh, sehr oft. Da sind dann auch Türen geflogen, so gefühlt. Also Türen so geknallt und sowas. Wenn ich... Boah. Ja, aber das sind halt so Sachen, die musst du halt auch einsehen, ne? Also das kann dir jeder sagen, du bist sturköpfig hoch 10, aber wenn du es selber nicht einsiehst, dann... Ja gut, dann bleibst du halt für immer so, weißt du? Dann änderst du halt auch nichts an deinem Leben. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man halt auch ein bisschen die Einsicht halt auch dazu hat, finde ich. Ja, absolut. Man braucht ja zum einen erstmal die Einsicht, dann muss man es erkennen, in welchen Situationen es macht. Und dann muss man alternative Wege finden. Was gab es da so für ein... Naja, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen gewissen Raum, um sich zu entscheiden, was man tut. Und man muss lernen, diesen Raum ein wenig zu nutzen. Und zu realisieren, dass dieser Raum im Grunde da ist. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Oder was ich da so ein bisschen meine? Dass man erst überlegt, bevor man handelt. Okay, okay, sehr gut. Ich wusste nicht, ob das jetzt so richtig rübergekommen ist. Doch, weil ich habe es schon gecheckt, weil mir ist genau in dem Moment, wo du das eben so gesprochen hast, genau daran habe ich halt eben auch gearbeitet. Dass du halt nicht überreagierst gleich am Anfang, weißt du? Ja, ist hier im Grunde dasselbe Prinzip wie beim Traden ungefähr. Nimm dir einen Moment, denk einmal wirklich logisch drüber nach, nicht gierig, nicht ängstlich in den Markt reingehen, überleg, was du tust. Notfalls hast du einen Trade verpasst, hast du aber kein Geld verbracht. Wunderbar. Genau dieser Moment, um nachzudenken. Kann man wirklich gut darauf auch anwenden, ja, stimmt. So, es funktioniert auch überall im Grunde. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas Markantes bei mir selber habe. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Bist du eher Kopfmensch oder, was ist denn das Gegenbeispiel? Kopfmensch und? Bauchgefühlmensch. Ja, oder Bauchgefühlmensch. Machst du dir mehr Gedanken oder handelst du einfach? Ich mache mir meistens zu viele Gedanken. Ich denke alles in allen Varianten immer durch. Ich denke zu viel. Das kann manchmal auch ein sehr, sehr großer Nachteil sein beim Traden, dass man alles zu viel drüber nachdenkt. Nein, du siehst dein Setup, du gehst rein, zack, aufschreiben, wieso, weshalb, warum, schreibst du dir deine Notizen dazu und feierabend nicht lange drüber nachdenken und dann lässt du ihn einfach laufen und denkst nicht mehr drüber nach. Stop-Loss ist gesetzt und wenn der Stop-Loss gegrillt wurde, dann ist das so. Und am Ende des Tages oder am nächsten Tag guckst du dir an, was schiefgelaufen ist, nicht vorher. Da kann das richtig, richtig mies sein. Ansonsten sitzt du davor, guckst, denkst, überlegst und dann fängst du an, dich zu verzetteln. Booster-Kuchen. Habe ich richtig zeitlang Probleme mitgehabt, jetzt, wo du es sagst. Ansonsten, wie gesagt, aktuell nur ein bisschen viel Social-Media-Phase aktuell bei mir, so ein bisschen. Wo ich sage, ein bisschen Prokrastination ist dabei. Social-Media ist ein anderes Thema. Ich weiß nicht, ob du die... Wir hatten eben das Meme-Thema. Wir hatten gerade dieses... Das brauchen wir jetzt nicht ansprechen, das bleibt außerhalb des Podcasts. Ja, aber da muss ich auch sagen, ich bin beim Trading, kann ich komischerweise dieses Kopfmensch ein bisschen ausblenden. Also da mache ich mir... Gut, da bin ich überzeugt von dem, was ich mache so in der Art, weißt du, da bin ich einfach drin im Thema Trading. Aber ich würde sagen, privat mache ich mir sehr, sehr viele Gedanken, zu viele Gedanken. Egal bei was. Ich mache mir immer so... Hunderttausend Szenarien gehen dann so in meinem Kopf durch, wo ich mir dann denke, ja, nee, und dann ist es sowieso schon vorbei, weißt du, du machst einfach zu viele Gedanken über eine Situation und dann ist diese Situation eigentlich schon komplett für den Arsch. Ja. Das ist manchmal Katastrophe. Dabei dieses ganze Denken bringt ja nichts. Man muss manchmal einfach handeln. Aber das reinzubekommen dauert auch Ewigkeiten. Jeder ist da ja auch so ein bisschen anders, ne? Was? Selbstbewusstsein? Jeder ist da so ein bisschen anders. Selbstbewusstsein würde ich jetzt auch behaupten, habe ich im Trading mehr als im Privaten. Aber wirklich. Und da kann jeder... Wir waren ja vor kurzem jetzt auf Mallorca gewesen, ne? Also ich mit einem Kumpel. Und da ist es mir extrem aufgefallen. Der Typ kann Frauen ansprechen ohne Ende. So weißt du. Und ich denke mir also die ganze Zeit, Alter, Junge, kann ich halt überhaupt nicht. Ich habe da übel die Probleme. Bei mir kommt in meinem Kopf einfach hunderttausend so Storys und sowas, wo ich mir einfach so denke, boah, nee, ey. Das hat auch so ein bisschen was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ich kann hier auf YouTube im Podcast kann ich dir alles erzählen, ne? Aber so privat weiß ich nicht. Da habe ich teilweise noch so ein bisschen Selbstbewusstseinsprobleme. Aber daran kann man arbeiten. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Entwicklung. Wie fühlst du dich so privat? Also ich muss sagen, es ist schon besser geworden. Aber da muss ich noch deutlich eine Schippe oben drauf legen, halt, um noch selbstbewusster zu sein. Boah, bei diesem Thema Selbstbewusstsein, du hast doch das Buch Denk nach und wer der reich gelesen, oder? Von Napoleon hilft. Ja, ja. Ja, da kommt ja auch diese Formel für Selbstbewusstsein drin vor, die man zwei, dreimal am Tag durchgehen kann, um sich das so ein bisschen anzutrainieren. Ich denke, man kann das Ganze halt auch auf so private Situationen ummünzen. Das ist ja mehr so für businessmäßig halt gedacht. Aber ich denke, das kann man auch einfach im Grunde so ein bisschen ummünzen als erster Ideenansatz und, und, und. Aber sowas braucht, denke ich, auch seine Zeit und einfach Erfahrung. So, oder glaubst du, dein Kumpel auf Mallorca konnte das von Anfang an relativ easy Frauen ansprechen? Gute Frage. Ich würde sagen, manche haben dafür so ein Naturtalent. Ansonsten einfach learning by doing. Einfach hingehen, machen. Und mit der Zeit wird es immer einfacher. Wie Fahrradfahren. Den Spruch musst du mir jetzt auch schon hundertmal anhören. Einfach machen. Ja, wenn es so einfach wäre, weißt du, wenn es so einfach wäre, dann. Aber es, jeder Mensch tickt da anders und ich glaube, ich bin da keine Ausnahme. So, weißt du, das geht vielen Leuten so. Ansprechen oder halt generell so Selbstbewusstsein ist, glaube ich, sowas, dass, entweder hast du es von vornherein extrem, weiß ich nicht. Es gibt genug selbstbewusste Menschen, wo ich mir denke, jo, okay, krass. Dann gibt es aber auch andere, sowas wie mich, wo das halt erst so ein bisschen auf Dauer oder sowas kommt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich absolut schüchtern bin, also Thema Frauen, ja. Aber so vom anderen Ding her würde ich schon sagen, dass ich Selbstbewusstsein bin. Das sind nur so manche Punkte, wo ich sage, wo ich komplette Probleme habe. Ja, es gehört, denke ich, einfach dazu und ist normal. Mir fällt da so ein Punkt ein. Es ist ja so ein bisschen oder hat ja auch im Grunde was mit Angst zu tun, diese Schüchternheit dann ja so ein bisschen, denke ich mal. Es ist ja so verknüpft im Grunde. Mir fällt dazu so ein bisschen ein, nachdem ich beim Traden Knete verloren habe in meiner Anfangszeit, hatte ich auch diese Hemmungen, Hemmungen überhaupt in einen Trade reinzugehen. so, weil man am Anfang richtig Knete verloren hat. Und dieses Muster erst mal zu überwinden, ist anstrengend, ist enorm anstrengend, weil das dann wieder so ein Auf und Ab ist und das löst dann diese Verknüpfung wieder aus. Ah, Panik, du hast damals das und das an Geld verloren und, und, und. Und mit der Zeit wird es einfacher, wenn man das macht. Oder von früher, als ich noch, Realschulzeit ist das, glaube ich, gewesen, da war ich immer im Schwimmbad und war Turmspringen quasi im Grunde, Turmspringen mit Arschbomben. So, und ich wollte unbedingt vorwärts runter vom Sprungturm und dann den Rückwärtssalto ziehen. Ich habe bestimmt sechs Monate gebraucht, bis ich das psychisch geschafft habe, diesen Sprung durchzuziehen. Einfach dieses weit nach vorne weg springen und den Rückwärtssalto machen und nicht mit dem Hinterkopf hinten aufs Brett scheppern. Da habe ich sechs Monate dran gebraucht, um mir das mental beizubringen, wie ich den durchziehen kann. Und dann immer so ganz langsam dran getestet, Step by Step. Erst so einen leichten Rückwärtssalto und, und, und. Aber es wird mit der Zeit einfacher. Es ist einfach machen. Man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen wie, du kennst doch ein bildliches Beispiel. Wenn du auf der Straße gehst, rechts neben dir, hast du so einen Park und durch den Park sind so zwei Fußgängerwege, die sind gepflastert. Und dann siehst du auf der Wiese so einen durchgetrampelten Pfad. Und so kann man sich das im Grunde auch vorstellen, verhältnismäßig. Man muss ja anfangen, neue Wege zu gehen. Am Anfang war da vorher auch alles Wiese. Dann ist man diesen Weg das erste Mal gegangen durch die Wiese, sage ich mal, zack, Wiese ein bisschen platt. Und irgendwann ist daraus dieser Trampelpfad geworden. Und dann wird es immer einfacher für die Menschen, da durchzugehen, auch kopflich gesehen. Und das ist quasi der Knackpunkt dahinter. Learning by doing. Ja. Kurz gesagt. Ja. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Ja, learning by doing. Du musst an allem arbeiten, aber es erfordert Zeit. Viel Zeit. Wenn man sich die nehmen will, natürlich. Das ist halt natürlich auch so ein Punkt. Man muss sich die Zeit auch nehmen oder nehmen wollen, um aus sich die beste Version aus sich selber zu machen. Den Spruch liebe ich momentan. Ich weiß nicht, wo ich diesen Spruch herhabe. Aber ich liebe den momentan extrem. Auch aus so Business-Gurus-Sachen und Büchern bestimmt irgendwo. Nee, warte. Mir fällt es. Ich weiß, wo ich den Scheiß-Spruch herhabe. Ich habe letzte Woche eine Folge alleine gemacht, wo es darüber ging, über diese ganzen Business-Guru-Seiten auf Social Media, also TikTok, Instagram und sowas. Die wuchern ja überall raus, diese ganzen Business-Seiten. Ja, du sei, mach das und so und Scheiß auf anderen und sowas. Ich habe mich ja lange damit beschäftigt. Ich habe ja wirklich den Algo so gedribbelt, dass ich wirklich nur noch, egal wie oft ich swipe, nur noch diese Scheiße vorgeschlagen kriege. Und der Spruch ist komischerweise hängen geblieben. Aber er stimmt. Das war der einzige Spruch, der hängen geblieben ist. Der Rest ist einfach Bullshit gewesen. Ja, aber immerhin etwas mitgenommen. Hat doch was gebracht. Mehr oder weniger. Ob das jetzt wirklich was gebracht hat bis auf der Spruch. Weißt du den Spruch? Da hätte ich auch einen Glückskeks aufmachen können. Ja, aber wäre der Spruch dann hängen geblieben? Und hätte was mit dir gemacht? Ja, aber du weißt nicht, ob das mental hängen geblieben wäre. Das ist ja der Knackpunkt. Ja, aber ich weiß nicht. Die Zeit, so viel Zeit, wie ich da auf Social Media verbracht habe letzte Woche, nur um dieses Experiment in Anführungszeichen zu machen, weiß ich nicht, ob dieser Satz, der jetzt da hängen geblieben ist, ob es die Zeit wert war, gefühlt 24-7 auf Social Media rumzuhängen. Weißt du, das macht wenig Sinn. Ne, also, ne, deswegen habe ich auch letzte Woche die Folge so beendet. Hört auf, eure Zeit auf Social Media zu verbringen. Euch werden eh nur so komische Hamster-Videos vorgeschlagen. so ein Bullshit. Ihr müsst verstehen, wir hatten gerade einen Insider darüber. Das ist so Bullshit. Um jetzt die Folge ein bisschen zum Ende zu bringen. Schlechte Eigenschaften gehören dazu, muss man ehrlicherweise sagen. Schlechte Eigenschaften gehören zu jedem dazu. Jeder hat sie. Man sollte, wenn sie einen selber stören, auf jeden Fall daran arbeiten. Aber man muss auch sagen, es zieht sich über Monate oder über Jahre wirklich schlechte Eigenschaften irgendwie wegzubekommen. Also, learning by doing. Das auf jeden Fall. Und, hast du noch irgendwas zum Abschluss zu sagen? Nicht viel. Leute, seid nicht gemein zueinander. Verbreitet ein bisschen Liebe und Freundschaft in der Welt. Und ansonsten wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende. Die Folgen kommen immer freitags raus, ne? Yes, 12 Uhr. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende und bis zum nächsten Mal. Boing Flip!